Die Schwimmlegende gemeinsam mit einem Experten-Team aus Sportwissenschaftlern und Ernährungsberatern an ihrer Fitness. Auf dem mybody.de Trainingsplan standen neben Kraft und Ausdauerelementen auch Entspannungseinheiten für ein gesundes Körpergefühl. Ich finde, man soll schon sehen, Sport macht Spaß, das stimmt, aber Sport ist auch anstrengend und man schwitzt auch und es tut weh. Presse wie Fans sind begeistert von diesem neuen Konzept. Keine makellosen Stars, sondern eine Franziska von Almsig, die authentisch mit ihren Fans schwitzt. Auch für so einen hoch ehemaligen Hunkleisensportler, für mich, gibt es Situationen, die schwierig sind und die wehtun und tatsächlich, ja, ich schwitze auch, aber ich glaube, es ist immer besser zu zeigen, wie es ist, als den Leuten was vorzumachen und rumzuhüpfen und zu sagen, noch zwei, noch eins, weil das ist es eigentlich nicht. Also mit Franzi von Almsig trainieren, das ist genial, die macht das super. Für 99 Cent die Woche kann man auf mybody.de etwas für seinen Körper, den Geist und die Seele tun. Auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank.